FOKUS HOME INTERACTIVE ZUANIT STUDIO UNREAL ENGINE HAS PRESENTED IN OUTLAST CALL OF CUTHOLO Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit einem neuen Let's Play. Wir spielen, wie hier schon steht, Call of Cthulhu auf Pelzig. Die liebe Eva Mayaguti, geschätzte Arbeitskollegin, hat mir gesagt, hey, wie wär's dann? Du machst doch eigentlich diese HP Lovecraft Welter und das wäre doch ein Spiel für dich. Ich hab mal sah geguckt. Musara, Ambiente, supergeil. Es trifft genau eigentlich diesen Ton des HP Lovecraft Wahnsinns und des Ambientes. Die Charaktere wiederum sehen ein bisschen aus wie in älteren Spielen, so alle Uncharted bzw. Outlast, also die frühe Uncharted. Aber ich finde gut, die Story und ein gutes Ambiente macht das Ganze wieder wett. Es hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, das Ganze, dass ich mir gesagt hab, das muss ich als Let's Play machen. Noch Stardew Valley, wie ich ja vorgestern auch schon angekündigt hab in Stardew Valley, wird Call of Cthulhu der Nachfolger sein. Ich werde jetzt viele Multiplayer-Aufnahmen machen für Stardew Valley und deswegen brauche ich ein Projekt, was dann noch erscheint. Statt dafür hat sich dieses Spiel perfekt Angebote, meiner Meinung nach. Und das Ganze basiert auf dem Pen-and-Paper-Spielsystem Call of Cthulhu, was ich leider noch nie gespielt hab. Könnte sich aber eventuell, nachdem ich das Spiel hier gespielt hab, möglicherweise könnte ich das noch holen. Könnte ich mir vielleicht vorstellen, aber es sind viele Konjunktivsachen, die hier im Raum stehen. Was ihr vielleicht auch noch seht, ist, dass es heute eher ein regnerischer, trübe Tag ist. Dementsprechend äußert sich das Ganze hier in der Facecam, dass es relativ dusch da ist. Und nur meine PC, wo ich die Facecam verfolge kann, der mein Gesicht beleuchtet. Ja, das finde ich eigentlich sehr gut und mache ich nicht wie bei Resident Evil noch das Licht A, sondern ich finde, das ganze Zwillicht passt perfekt in dieses Ambiente-Reihe. Und dementsprechend verlieren wir keine Zeit, aber ich werde mir übrigens, nur weil das ein Zwischenprojekt ist, werde ich mich hier nicht hetzen. Für das Spiel nehme ich mir auf jeden Fall Zeit, um das ganze Ambiente A wahrzunehmen. Außer ich muss ganz schnell wegrennen, weil irgendein Vieh hinter mir her ist, aber das wird sich Zeiger. Deswegen, wir betreten den Wahnsinn. Ja, passe die Helligkeit an, bis das dunkelste Symbol kaum sichtbar ist. Es scheint wohl nur die zwei zu gather. Also eigentlich müsste das so dann sein. Aber ihr kennt das Ganze hier, das ist ein Let's Play. Bevor es wieder heißt, hey Yankee, dreh doch mal ein bisschen auf. Machen wir das von Anfang an, wie wir das gewohnt sind, so. Das ist in etwa die Helligkeit, die ich mir für Let's Play vorstelle. Und wir wählen das so aus. Profilet, bitte warten. Okay. Hauptmenü. Oh, noch schön mit meinem Playstation-Name. Also wenn ihr durch Spaß daran habt, mich bei Playstation beim System zu adden, tut euch keinen Zwang a. Gut, wir machen natürlich ein neues Spiel. Aber vorher könnten wir uns noch die Eistellungerei gucken. Das sieht schon geil aus, wenn man das so sieht. Der schlafende Cthulhu, der hier sein Sayach aufmacht. Oder wie ist das Deibel, was das Fahrvieh ist. Aber ich schätze mal, dass es Cthulhu ist. Grafik, das hat man schon mit der Helligkeit. Was anderes gibt es hier nicht. Spiel, Untertitel, Los Mammol A. Erkennung und Fadenkreuz. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Das wird sich noch zeigen. Erkennung, Los Mammol A, keine Ahnung, was es ist. Ton. Global, Musik, Stimmen. Das können wir, glaube ich, immer noch alles. Nachbedarf ändern, je nachdem, wie ich das auf meinem Ohr rumdröhne habe. Und wie laut wir das wahrnehmen. Das wird sich noch zeigen. Ich denke, das war es auch zu der Eichstellung. Schwierigkeitsgrad gibt es anscheinend, Kenner. Also fangen wir doch direkt an. Alter, wie geil das schon aussieht. Diese Stadt im Regen und so leichte Nebelschwade noch in der Ferne. Das sieht schon fast wie Innsmouth aus. Die fiktive Stadt aus dem H.P. Lovecraft-Universum. Natürlich diese Kult-A-Hänger, diese Cthulhu-Kultiste. Super geil. Okay, es sieht alles super aus. Und wir fangen direkt an. Boston 1924. Ach, wie das so ist. Sag, ich liebe die 20er. Edward Pierce, Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, ertränkt seine Erinnerungen in Alkohol und Schlaftabletten. Er ist jetzt Privatdetektiv und hat Schwierigkeiten, einen neuen Fall zu finden, der ihn aus seiner Lethargie befreit. Pierce muss schnell einen neuen Auftrag bekommen. Sonst kann er seine Lizenz verlieren. Klingt schon mal super. Ja, 1924 spielt das Ganze jetzt in Boston. Ermittlungsagentur Pierce, Boston. Kapitel 1. Oh ja. Ich liebe die 20er Jahre. Ich liebe die 20er Jahre. Ich finde die Kleidungsstil, die Mode generell, ach, das ganze Ambiente. Ich finde die 20er Jahre einfach nur unglaublich cool. So, Dela. Bin ich jetzt sehr, sehr gespannt darauf. Also, ein bisschen habe ich am Anfang natürlich schon mal reingeschielt, aber... ...Wahnsinn betreten! Wenn ich verrückt bin, dann ist es Barmherzigkeit. Mögen die Götter den Menschen bedauern, der in seiner Verstocktheit bis zum schrecklichen Ende bei Verstand bleibt. H.P. Lovecraft Fängt ja schon mal großartig an hier, in dem ganzen Größer... ...Spiel gespeichert. Ach, Gott. Ja, do bin ich jetzt auch wieder mit der Facecam. Zum Bewegen drücke links. Okay, mit dem rechten Stick kann ich mich umgucken. Durch kann ich anscheinend nämlich zurück. Zu dem lustigen Größer, aber hier... ...mhm, so ein paar Gedärme zum Spielen. Mhm. Okay, hier steigt noch so ein bisschen Lamp von der... ...Äh, Neville von der Öllampe auf. Das Ganze hat auch wie in einer Lagune so einen leichten Lichterschimmer. Ja, mit Kreis gehe ich anscheinend in der Schleichmodus. Dreieck bewirkt noch nichts. X, X, A noch nicht, Viereck, A noch nicht. Ah, mit rechts, mit R1 kann ich mich in die Richtung neigen. Mit L1 in die Richtung. Äh, kann ich Renner? Hm. Renner weiß ich noch nicht, wie es funktioniert. Vielleicht wird sich das noch zeigen. Ah, wobei? Ja, ich glaube mit L1... Äh, mit L2 renne ich. Okay. Hm, was haben wir denn Gutes auf dem Tisch? Gucken wir doch mal. Ja, so ein bisschen Haigegröße und Haiköpfe. Hm. Das war's für das Kulinarische unter uns. Hm, so große Fischgräter. Gar köstlich. Ach. Aber das kennt man ja. Ah ja, so ein halver Hai. Kann man später noch essen. Hm. Ja, was ist hier noch? Was ist das? Einfach irgendwelche schleimige Alka oder was? Ducken. So ein Ducken, Drücker, Kreis. Aber ich möchte erstmal hier gucken. Ah, mit X ist die Interaktionstaste mal wieder. Boah, die Musik ist auch geil. Okay, also du komme ich denn durch. Das heißt, ich muss mich hier durchzwängen. Okay. Alter, Falter. Äh, was ist denn hier? Gegen die Dunkelheit. Du musst manche Gegenstände anleuchten, um mit ihnen interagieren zu können. Ja, leider habe ich nichts zum Leuchten. Es sei denn, ich kann mir die Laterne hier nimmer. Gegenstand aufheben. Zum Aufheben eines Gegenstands drücke X. Okay, jetzt habe ich Lamp. Gegenstand erhalten. Sturmlaterne. Okay. Ah. Mit R2 kann ich anscheinend meine Lampe heben. Und irgendwas war hier im Wasser drin. Äh. Renn mal lieber. Ich möchte nicht beim Wasser bleiben. Ich will nicht wissen, was da noch hockt. Was ist denn das? Ah, Gegenstand erhalten. Bolzenschneider. Perfekt. Verwenden wir noch gleich mal hier, oder? Jawohl. Sehr schön. Jetzt kommen wir hier auch durch. Von meiner Strömung mitgerissen. Du kannst dem, äh, Schicksal nicht entkommen. Entschuldigung. Ich tue jetzt direkt mein Facecam vorne dran. Das ist etwas blöd geregelt. Das muss ich irgendwie noch ein bisschen anders lösen. Ansonsten ist immer alles abgehackt. Deswegen kann es passieren, dass ich mal hin und wieder Dendo mache. Und dann Nimi ganz auf der Facecam drauf bin. Also, ich bitte das zu entschuldigen an der Stelle. Äh. Do wollen wir anscheinend Nimi zurück. Okay. Da ist mal noch irgendeine garstige Stimme, die zu uns spricht. Warum habe ich nur das Gefühl, dass es der Ova Maka persönlich ist? Aber eins ist mir sicher. Denn inner Architekt würde ich mal gerne kennenlernen. Der hat anscheinend Ahnung von Stil. Vor allem, was verwesende Wahlkadaver, so Orca-Kadaver geht. Äh. Und warum immer nur die Darmschlinge? Welch widerwärtige Opfer. Ah, na. Ja, also, die wollte ich auch nicht haben, die Opfer. Ich kann schon verstehen, dass er das sagt. Das will ich nicht haben als Opfer. Da drin ist noch der zweite Orca. Oh. Die arme Wale. Da ist sonst auch nichts mehr. Don't fight. You have been chosen. Wehr dich nicht. Du wurdest auserwählt. Och, ich doch nicht. Du gesundenfreundliche Geselle, wehre ich mich doch nicht. Das klingt doch schon fast wie eine Einladung hier, ne? Ach. Und die erste Episode, die mache ich mal wieder 30 Minuten lang so nebenbei. Damit mache ich ein bisschen mehr dafür hin. Am Anfang verquatsche ich ja immer ziemlich viel beim neuen Let's Play. Die Musik wird auch etwas edler. Etwas erhabener. Will ich wissen, was hier ist? Müssen sie ja wohl rausfinden. Wir können es so mitlesen. Falls es so clever ist, es geht wohl verscheid. Ich will versuchen, dein Besten zu verändern. Ach. Lauter so gesichtsloser, außer den Tentakel-gesichtiger. Ich liebe Whisky. Also wenn ich von Whisky solche Träume kriege, dann würde ich das Mosailoser. Neuer Ort entdeckt. Ermittlungsagentur Pierce. Meine private Detektei, die bei der Detektei Wentworth unter Vertrag steht. Nach dem großen Krieg beschloss ich mich in Boston niederzulassen. Hier gibt es immer genug Arbeit für Leute wie mich. Ein kleiner Fall jagt den nächsten Ehebruch auf eine Rechnung. Verschwundene, die gar nicht verschwunden sind. Die alte Büro-Couch ist nicht so bequem wie ein richtiges Bett. Und ich sollte wohl die leeren Flaschen loswerden. Aber es ist mein eigenes Reich für den Moment. Okay. Okkult habe ich noch nichts. Orte habe ich hier. Einwohner habe ich auch noch nichts. Oh, Darkwater. Interessant. Ah, hier ist dann anscheinend mein Entwicklungsmenü. Wir haben 2 in Entdeckung. 3 in Ermittlung von 5. 2 in Redegewandtheit von 5. 3 von 5 in Stärke. Medizin Kunde 1 von 5. Und Okkultismus 1 von 5. Psychologie 2 von 5. Ist doch gar nicht immer so übel. Laie sind wir da. Hier sind wir sogar schon Profi in Ermittlung. In Stärke sind wir übrigens auch ein Profi 3 von 5. Abhängig an Medizin und Abhängig an Okkultismus. Okay. Äh, du können wir halt noch nichts machen. Ne, du geht noch nichts. Okay. Wie gesagt, äh, wenn das euch zu schnell geht, oder wenn das zu Clay sei sollte vom Text, dann kann ich es euch auch gerne vorlesen. Aber dumm ist deine Kommentare Bescheidgeber. Die ersten 3 Episoden nehme ich jetzt auch am Stück auf. Insofern, äh, nett wundere, wenn es erst bei der 4. Episode dann wieder funktioniert. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Ne, nicht wirklich. Da hat er wohl recht. I used to be an avid reader. Tja, jetzt hat er wohl nie mehr die Zeit zum Lesen, ne? Was ist immer da drin? Nichts Großartiges. Noch ein paar Bücher. Was ist das? Die Wentworth Agency doesn't attract top notch cases. Oh je. Oh, die Musik ist geil. Die婚lein ist weg mit ihrer Freundin. Der Mann hat nie verstanden, dass seine Frau ihn verlassen hat. Er hat mich noch Wochen nach Ende der Untersuchung angerufen. Oh je. Der versteht wohl nicht, was Homosexualität bedeutet. Na ja. So Leute gibt's auch heute noch. Bedauerlicherweise. Dass Leute sowas nicht begreifen wollen oder können. Oder weißt du, Deibel war's? Wo ist dein Grammophon eigentlich? Eine gute alte Geschichte von Blackmail und einem Spiegel. Dem Barbesitzer, der mich angeheiert hatte, gefiel es gar nicht, wie ich diesen Fall abgeschlossen hatte. Aber was kann man schon machen, wenn man gesetzeswidrig gehandelt hat und eine Privatdeliktei Beweise gegen einen hat? Gegenstand erhalten Fall gelöst. Naturale Wissenschaften, Linguistik, Archeologie. Hm. Der gute Mann beschäftigt sich mit Archäologie, finde ich gut. Obwohl in den 20er Jahren die Archäologie bei weitem noch nicht gut war. Eine sehr junge Wissenschaft zu deren Zeitpunkt noch. Ich sollte mich von all diesen Sachen wegwerfen. Okay. Oh, Whisky. Lecker. Was das für ein Gute ist. Wo ist denn mein Grammophon? Irgendwo muss es ja auch herkommen, die Musik, ne? Was sind wir da noch? Ich frage mich, warum ich immer noch diese Dinge nehme. Ja, und vor allem diese Schloftablette mit Whisky-Nimmer. Super Idee. Die Ärzte haben sie verschrieben, als ich aus dem Krieg zurückkehrte. Sie sagten, sie würden den Albträumen ein Ende bereiten. Seit einiger Zeit lässt die Wirkung immer mehr nach. Gegenstand erhalten. Schlaftabletten. Ich bin jetzt immer noch etwas verwirrt. Wo ist mein Telefon? Aber wo ist mein Grammophon? Verflixt noch eins. Oder Platte... Na, Platte-Spieler hat sie zu der Zeit, und wenn, dann muss sie Grammophon... Ah, Radio! So. Machen wir das mal aus. Und... Okay, 20. Oktober 1924. Ermittlungsagentur Pierce. Der Doktor kann mir noch so oft erzählen, dass ich meine Medizin nicht benötigen würde, um die Erinnerungen zu verdrängen. Aber sie werden zurückkehren, wenn ich sie nicht weiter einnehme. Und eines Morgens werde ich dann nicht mehr aufwachen. Trotz der Behandlung sprechen wieder Stimmen im Traum zu mir. Aber sie klingen so anders, so... sonderbar. Als würden sie aus... als würden sie aus düsteren, uralten Tiefen empor kommen. Was ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft? Nett. Ja, es kann übrigens auch sein, dass mein Facecam hier irgendwo noch, äh, transportiert wird, äh, irgendwo hingestellt wird. Kann ich jetzt so eine Sache, wo ich die Facecam platziere, das muss ich dann entscheiden. Ah, komm. Wir wollen kein erbärmliches Seifer sein, das lassen wir mal sein. Okay. Okay. Are you Edward Pierce? Private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr Pierce. I'm Lucy Showerfield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Äh, okay. Ah, das verwenden sie dann so dafür, dass ich hier, äh, mein Zeug hier aufwerte kann. Okay. Alles klar. Acht verfügbare Punkte. 4 CP bis zur nächsten Stufe, 2 CP bis zur nächsten Stufe und hier 6. Also ich würde ganz gerne einen Okkultismus reichsetzen. Und, äh, dann habe ich 4, und dann würde ich eigentlich noch ganz gern, ja, hier, 2 und 2 Entdeckung. Wir gehen jetzt mal durch. Okkultismus präsentiert ein Wissen der okkulten Wissenschaften. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, Herkunft und Verwendung okkulter Artefakte zu erkennen und dein Wissen über den Mythos anzuwenden. Unter Psychologie fällt dein Wissen über menschliches Verhalten. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, die Motivation einer Person anhand des Verhaltens oder der Analyse eines Gegenstandes zu verstehen. Ok. Entdeckung ist die Fähigkeit, versteckte Gegenstände aufzuspüren. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, versteckte Gegenstände zu finden. Nicht entdeckte Gegenstände erscheinen nicht im Spiel. Ok, das klingt mal relativ wichtig. Ermittlung beeinflusst dein Untersuchungstalent. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, vergangene Ereignisse durch Analyse eines Tatortes oder eines Gegenstandes zu verstehen. Verbessert auch die Fähigkeit, Schlösser zu knacken. Klingt eigentlich auch ganz gut. Redegewandtheit beeinflusst deine Fähigkeit, Gesprächspartner durch die Kraft von Worten zu beeinflussen. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, anderen Gesprächen zu überzeugen oder zu manipulieren. Stärke Stärke bezeugt deine Fähigkeit, körperliche Kraft anzuwenden. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, Türen und Mechanismen aufzubrechen oder in interaktiven Gesprächen Gewalt körperlich oder verbal anzuwenden. Medizinkunde Repräsentiert ein medizinisches Fachwissen. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, Medizin richtig zu dosieren, eine Diagnose zu erstellen oder ein medizinisches Problem zu verstehen. Da würde ich mal sagen, Entdeckung klingt für mich relativ wichtig. Machen wir mal gleich mal zwei rein. Dann sind wir jetzt nämlich hier auf Profistufe. Dann würde ich eigentlich ganz hier noch ganz gern, hier haben wir vier CP bis zur nächsten Stufe, hier haben wir sechse, hier haben wir zwei und vierer. Da würde ich eigentlich ganz gerne auch noch meine Eloquenz verbessern. Dann haben wir noch zwei übrig und die würde ich ganz gern in Medizin stecker. Dann können wir nämlich als nächstes beim nächsten Level up oder wenn wir wieder was kriegen, können wir in Okkultismus investieren. Also das finde ich eigentlich ganz gut so. Jetzt sind wir nämlich hier auf Laie-Niveau. Nehmen wir A-Fänger, sondern hier sind wir Laie. Hier ist immer Profi und hier ist immer Profi. Also das hat schon was gebrocht. Ich würde es ganz gern bestätigen. Ja, das würde ich ganz gern so bestätigen. Ja, okay. Okay. What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, you used to... Klingt ja nicht so toll. I'm coming. Aber da kommt anscheinend schon der nächste Kunde. Sir, I came here on the advice of a person, whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl. She is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof. I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. Wie wär's mit verstörend? Ja, das ist exakt das, was wir im Traumgseher haben. What am I supposed to find? Tell me, tell me, if this is the work of madness. Mhm. Or if, on the contrary, you managed to detect some logic, a rationality to follow, so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes. Please. Alright. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Okay. Alles klar. Dann können wir mal reingehen. Äh, Ermittlungsagentur Pierce, ja. Akte zum Fall Hawkins. Äh. Ein seltsames Gemälde. Sarah Hawkins hat es kurz vor ihrem tragischen Ende gemalt. Direkt danach wurde es an ihren Vater geschickt. Er ist überzeugt davon, dass die Künstlerin seiner Tochter ihm hat zukommen lassen. Er hat mir das Gemälde für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt. Der reiche Unternehmer Steven Webster ist bei mir gewesen. Ich soll für ihn den Fall Sarah Hawkins wieder aufrollen. Seiner Tochter, nach ihr wurde der Fall benannt, ist mitsamt ihrer Familie in einem Feuer umgekommen. Er hat einige Dokumente über diesen Fall gesammelt. Ich sollte sie durchsehen und mir einen Überblick über den Fall verschaffen. Okay, äh, ja. Äh, das Gemälde untersuchen, Akte zum Fall Hawkins durchsehen. Alles klar. Machen wir doch mal. Ein Schwerhaus auf Darkwater. Einige Schwerze von der Hawkins-Familie. Sehr tief. Rechts haben wir wohl Oveline haben wir wohl Sarah Hawkins, rechts haben wir wohl ihren Mann mit so einem cooler Undercut und ohne wohl ihren Sohn. Eine Versandadresse. Sie ist zum Teil unleserlich, aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36 Darkwater. Der Polizeibericht. Hier steht, dass das Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie tötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen häuslichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Ein Zeitungsausschnitt. Ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einem Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen Sohn Simon. Mhm. Neuer Hinweis gemerkt. Hauptseele, das Gemälde untersuchen. Ich glaube, mein Facecam wird ohne links oder ohne rechts hier wandern, wenn ich mal jetzt so angucke, wo überall was geschrieben steht. Und sonst haben wir hier nix mehr. Können uns noch das furchtbare Gemälde angucken, was exakt aussieht wie die Gestalt, die wir im Traum gesehen haben. Diese leicht Tintenfischartige Kultiste-Gestalt und wir im Traum, wie wir hier schleichen. Was ist das Symbol auf dem Manns Schuss? Es ist, als ob Sarah Hawkins ein Messer in sie Also, Herr Pierce, was macht ihr von diesen Elementen? Ja, die war geistiskrank, würde ich mal sagen. Also, hier haben wir noch ein paar Gesprächsoptionen. Diese Geschichte ist was faul. Ermittlung Profi. Das braucht nix. Und das hier braucht Antwort freigeschaltet. Das Gemälde sollte man nicht leichtfertig abtun. Also, anscheinend habe ich doch wohl Eloquenz, also Redegewandtheit oder sonst irgendwas in hoher A-Zahl als Profi-Level oder was, dass ich das bei dem Sache kann. Das ist doch mal nicht schlecht. So, fangen wir doch mal hier an, mit der Allgemeine. Darkwater? Ich habe nie gehört von dem Ort. Wo ist das? Es ist eine kleine, remote Isle auf dem Kost von Boston. Sarah lebte dort mit ihrem Sonn und ihrem Suber. Ich glaube, du willst mich dort schiffst. Darkwater hält das secret regarding meine Daughter, Mr. Pierce. Du musst es herausfinden. Hm. Hört man ja gern. Okay, dann das andere Allgemeine. Du musst erzählen, was die Polizei über den mentalen Staten Ihrer Daughter ist wahr. Nein. Sarah hatte Visionen. Jeder wusste das. Sie hätte nie gehört, eine Fliege. Sie nur dachte, sie sah Dinge. Sie sah Dinge? Was bedeutet das? Ich wusste was sie bedeutet. Meine Daughter war eine enigmatische Figur, Herr Pierce. Du musst die Wahrheit über ihr Leben und Tod. Klingt so, als würde er seine Tochter richtig gut kennen. Okay, Ermittlung Profi. Machen wir mal das. Ihr Suber war ein großes Deal an Island. Aber die Polizei sind zu der Accident Theorie. Sie haben erwähnt, Sarahs mental state war frisch. Ich glaube, Sie sind richtig, Sir. Dieses Fall ist nicht so einfach wie es ist. Ich bin davon. Ich glaube, es mehr zu diesem Fall ist als ein Accident. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Dann sage ich nochmal hier, das was wir jetzt freigeschaltet haben. Okay, dann das was uns wirklich in den Ermittlungen weiterbringt. ist was wirklich Ermittlungen weiterbringt. Das ist Es kam mit Sarahs letzte Schilder. Und du denkst, dass deine Daughter der Sender gewesen wäre. Das ist was du musst finden. Gehe in Darkwater find Warehouse 36 Okay, dann würde ich dem Sari liebe Leid. Wir machen an der Stelle unseren Cut und sehen uns über mal wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Weil bis durch habe ich es noch gesehen. Ich weiß, dass hier dann nachdem mal die Infos beenden, dass wir direkt noch Darkwater kommen. Bevor wir jetzt noch eine ewig lange Filmsequenz machen, würde ich lieber sagen. Hier ein sauberer Cut und wir sehen uns über more wieder. Dann geht es mal wieder zu Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig Eiern Yankee